Was ist das, was wir im Herbst 2019 gestartet haben? Als wir im Herbst 2019 gestartet sind mit dem Auftrag, eine deutsche Normungsroadmap KI zu erstellen, war das schon eine große Herausforderung für die 300 Experten von DIN und DKI. Aber was wir geschafft haben, ist vorzeigbar. Das ist dieses Dokument, ein tolles Expertenbuch, in dem man nachgucken kann, was die wichtigsten Empfehlungen sind, um eine KI-Normungsroadmap zu erstellen, was in Deutschland zu tun ist, um die Normung nach vorne zu bringen. Und was ganz besonders gut ist, ist, dass es eben alle Branchen und Bereiche betrifft und wir damit eine hervorragende Möglichkeit haben, die Wettbewerbsfähigkeit in Europa zu erhöhen durch Einsatz von Normung. Ja, wir haben hervorragende Schwerpunktthemen uns vorgenommen. Das ist einmal die industrielle Automation, die natürlich ein Kernstück der Industrie 4.0 ist. Dann haben wir Mobilität, Logistik. Dann haben wir die Medizin und neben Finanzdienstleistungen auch die Energie und Umwelt. Und gerade Energie und Umwelt spielt ja eine große Rolle. Wir wollen in Deutschland bis 2045 klimaneutral werden und da gibt es vieles zu tun. Und unter anderem ist zum Beispiel die Einbindung von Wasserstoff im Energiesystem zu gestalten. Und da ist ein hoher Normungsbedarf. Es muss über intelligente Stromnetze nachgedacht werden. Es muss über Einbindung von Wasserstoff in dezentrale Energiesysteme nachgedacht werden und vieles andere mehr. Und das sind Schwerpunkte, die sich die DKE jetzt gesetzt hat und da auch ganz aktiv mit ihren Experten unterwegs ist. Natürlich auch in Zusammenarbeit mit DIN. Entfernen то バent und Untertitelung des ZDF, 2020